Genau, jetzt habe ich den Lever und jetzt muss ich nach oben gehen und dann kommt hier wahrscheinlich ein übler Boss raus. Das ist doch ein bisschen vorhersehbar, aber ich kann mich oben nochmal heilen, das ist gut. Und dann hoffe ich, dass ich genügend Money habe. Naja, geht so. Ach, hier ist noch einer. Was ist der denn? Boah. Das gibt es ja gar nicht, ey. Ich treffe den nicht, ich treffe den einfach nicht. Was ist der denn? Objektiv lost. Hä, ist der jetzt nach unten gegangen? Engaging enemy. Wo ist der hin? Der ist ja echt weit gerannt. Engaging enemy. Okay, der ist hier ums Eck, oder? Haha, eingezielter Schuss. Und weg ist er. So, dafür kriege ich hier noch ein bisschen Money. Zumindest für die Kleine. Moment mal, jetzt liegt hier auch was. Oder respawnt das von Zeit zu Zeit. Das ist die Money hier. Also, dass diese Plätze, wo man das findet, dass das dann irgendwann wieder auftaucht oder so? Ich weiß es nicht. Na gut. Aber das war jetzt der letzte. Okay. Wollt mich schon gedanklich oder emotional auf den vielleicht bevorstehenden Bossfight vorbereiten. Oder es kommt halt eine Zombiewelle. Oder die Hundis kommen. Oder Drohnen. Oder noch ein Hammerhead. Wir werden es erleben. Und zwar jetzt. Und noch mehr Soldaten. Wo sind die jetzt hergekommen? Ach, die kommen jetzt durch die Tür. Nee, die kommen von rechts und links. Okay. Ich habe hier eine scheiß Position. Können die hier einmal durchschießen? Okay, ich muss nach da rennen. Ich bin in der Position. Okay. Kommt her. Okay. Einer kommt. Oh, nicht wirklich. Hä? Wo sind sie hin? Ganz da hinten. Ach, jetzt ist er da oben. Ach, ich habe den mit einem Schuss gekillt. Wie habe ich das denn geschafft? Okay, die Waffe ist echt geil. Die Waffe ist echt geil. Aber wie ich das geschafft habe, das ist mir jetzt doch ein bisschen ein Rätsel. Und die ist präzise. Also da hat sich echt mal die Investition gelohnt. Ich muss das so machen. Mit, mit, ähm... Mit Waffen kaufen. Engaging enemy. Na komm. So. Sehe ich die... Okay, die Station oben müsste wieder aufgeladen sein. Ich möchte nämlich hier voll geheilt sein, bevor ich da reingehe. Deshalb nochmal hoch. Aber die Muni geht mir aus für die... Das ist blöd. Dann hoffe ich jetzt fast mal auf normale Zombies, weil... Die kann ich mit der Wumme hier auch ganz gut wegmetzeln. So. Aber es macht jetzt richtig Spaß. Also irgendwie, es ist hier auch so ein bisschen verwinkelt. Und... Es ist jetzt aber nicht übertrieben von den Gegnern her. Also gerade macht mir das Spiel wieder richtig Spaß. Vielleicht bereue ich diesen Satz. Ach, okay. Ich muss wieder... Das... Uah. Na. Das einfach hier so machen. Das ist irgendwie das... Merkwürdigste Minigame. Das es gibt. Wow. Aber... Hm. Was... Was hat denn Hobbs da jetzt versteckt? Seine Tools irgendwie. Okay, wir haben noch keine Gegner. Aber die Tür sieht schon verdammt cool aus. Wie gesagt, das Level-Design hat schon was. Oh ja, das ist gut für die Waffe. Ramchat. Und eine neue Waffe. Die ich dann wahrscheinlich wieder verkaufen kann. Und es ist abgestürzt. Das gibt es nicht. Also das ist echt nervig. Das ist echt richtig nervig. Dass immer diese Abstürze... Ich weiß jetzt nicht. Wo... Wo starte ich denn jetzt? Muss ich die komplette Mission nochmal machen? Also das ist echt... Gerade sage ich noch, das Spiel macht mir Spaß. Und dann sowas. Es ist doch echt scheiße. Mann ey. Echt buggy. Hätten es vielleicht doch noch nicht. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich die komplette Mission nochmal neu machen. Hm. Wann ist auch gar nicht, ob der das jetzt... Wie der das gespeichert hat irgendwie. Ja, 0%. Ich kann die komplette Mission nochmal neu machen. Okay, aber das mache ich offscreen. Scheiße. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es einfach nicht. Die hat wahrscheinlich eh nicht mehr lang gedauert. Aber das ist echt scheiße. Na gut, dann mache ich einen Cut und bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Und... Ich hoffe, der stürzt jetzt mir nicht wieder ab. So, jetzt kommt ja hier... Kommen hier wieder diese Zombiewellen. Huch, das wollte ich nicht. Ich verstehe es. Der Zombie ist ein anderer Weg nach der Halle. Und der Prostik-Song ist zu kämpfen. Das würde erklären, warum es so viele von ihnen hier gibt. Ja, gucken wir mal. Hauptsache es kommen von hinten keine neuen. Das wäre richtig dämlich. Ach, da unten. Boah, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Naja. Noch geht's. Aber... Alter. Geh auf, Tür. Ich muss hier mal raus. Ich muss hier mal raus. Der kann durch die Tür spotzen. Natürlich. Okay, das ist auch ein kleiner Bug. Okay. Ah, komm. Den kriegen wir aber hin. Mit einem Headshot. So. Das Ding einsammeln. Oh, da kommt noch mehr, oder? Ne, jetzt ist er wieder zugegangen. Die braucht halt ewig, bis er auf und zu geht. Ganz witzig. Und hoffentlich stürzt er mir jetzt nicht ab. Das ist gut. Und... Ammo full. Okay. Und hier noch ein Schränkchen. Eigentlich eine geile Mission. Macht richtig Spaß. Aber... Äh, da sterbe ich, wenn ich reingehe, oder? Energy. Ah, okay. Ich muss das Ding ausschalten. Ich brauche 17. Wie komme ich auf 17? Mit... Bum, 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 bum. Äh, fünf. Fünf und sieben. Das ging. Ah, da ist ein Tablet. Bill Hobbs. Hey, Fetsu, is that really you? Because don't take me personally, but I've already met one of your brothers twice and they had even worse temper than you. If it's really you, man, it sucks. I mean, your brain being fried. I'll think about your offer. Aber wir kamen leider zu spät. Boah, ich würde hier am liebsten immer abspeichern. Aber geht ja nicht. So. Oh, Mann. Kriegt er mich doch noch? Heilige Scheiße. So, aber ich groove mich langsam so ein bisschen ein. So, auf jeden Fall besser als in den Missionen davor. Okay, wir kriegen auch mal wieder Muni für die Shotgun. Ich muss da nach links weiter. Okay. Und es kommen noch mehr Gegner. Natürlich. Erstmal nur zwei. Aber das ist echt auch eine Hilfe mit dem Ding. Deswegen die Waffe. Die werde ich noch eine Weile behalten. Oder ich muss dann gucken, falls ich eine andere Waffe finde, dass ich oder mir kaufe, dass das wieder so eine ist. Weil das ist echt geil. Boah, aber das ist eine lange Mission. Okay. Okay. Hallo? Oh. Hä? Der eine ist plötzlich gedespawnt. Das sah sehr merkwürdig aus. Okay, neues Katana. Ist ja auch nicht so schlecht. Okay. Und wir haben wieder dieses, ähm, diese Gas-Lags. Naja, das ganze Schiff ist irgendwie ein bisschen damaged. Wir müssen da erst die Valve wieder klarkriegen. Aber die können natürlich durchlaufen, ne? Das ist, das ist natürlich sowas von typisch. Okay. Ah, ich bräuchte wieder eine Medi-Dingens. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Ansonsten müsste ich mal hier eins opfern. Ich bin jetzt die ganze Mission ohne ausgekommen. aber jetzt muss ich mal eins opfern. Okay. Aber wir müssen ja dann die Tools mitbringen. Okay, das sind viele. Scheiße, sind das viele. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Was ist das? Wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist okay jetzt. Es ist schön gebalanced. Es sind immer mal so kleinere Wellen. Oh Mann, aber da werden doch vielleicht wieder Soldaten sein, oder? Oder ein Boss. Ich habe ein bisschen Angst. Natürlich. Ach du Scheiße, wie viel denn? Viele. Einfach mal viele. Da ist einer. Grunt. Okay. Jetzt versteckt er sich natürlich. Boah, ich sehe das fast nicht. Okay, da ist direkt einer um die Ecke. Ah, den hätte ich doch kriegen können. Den hätte ich doch kriegen können. Guck mal alle hierher. Boah, aber die kommen da nicht raus, ne? Das ist klar. Da hole ich mir mal Geld. Okay. Ohoho, das war ganz schön risky. Aber... Wir haben sie jetzt hier alle auf einen Schlag. Das ist geil. Da waren sie dann doch nicht so klug. Normalerweise verteilen die sich ja. Also hat irgendwie die, vielleicht die AI dann ein bisschen... Bisschen falsch getickt. Ist wirklich nur noch der eine? Ja, könnte sein. So viel waren das nicht. Okay. Aber... Mal... Boah, ist hier vielleicht irgendwo... Eine... Medi-Station. Das wäre echt hilfreich. Bevor ich hier neue Gegner trigger... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon war. Da... Wusste ich's doch. Dann spare ich wieder ein Medi-Kit. Okay. Und jetzt kann ich ganz gemütlich... Hoffe ich zumindest... Die Teile einsammeln. Aber... Eventuell beim dritten wird's dann wieder... Was ist das denn? Ach, das ist hier ganz um die Ecke. Hier hinten. Ach, hier ist auch eine. Okay. Okay. Special Custom-Made-Connector. Der ist ganz wichtig. Und... Und... Dann hier. Und... Und noch ein Connector. Boah. Aber richtig lange Mission. Aber auch richtig... Ja, es macht's... Es macht Spaß. Ich hab nur Angst davor, dass der wieder abstürzt. Das ist meine größte Sorge. Das ist echt meine größte Angst. Wo geht's denn hier runter? Ah, da kommt dann irgendwas raus. Vielleicht noch ein Interceptor oder so. Ähm... Wie komm ich denn da drüben hin? Wie komm ich denn da drüben hin? Das ist irgendwie oben. Vielleicht hier. Ah, das sieht besser aus. Ah, hier ist das. Okay. Guck mal. Ist das genug? Ja. Geh raus, bevor die Soldaten mehr Reinforcement bekommen. Ja. Oder war's das? War's das? War's das? War's das? Das war's. Alter. Das weiß man ja nie, wann die dann aufhören. Diese Missionen. Level up. Yeah. Wir haben's geschafft. Mit nur einem Absturz. Aber das war echt gemein. Das irgendwie nach zwei Drittel. So, ich mach mal. Ich guck mal, dass ich jetzt hier nicht noch einen Absturz hab. Okay, das ist richtig gut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann nehm ich doch das hier. Und lädt er rein. Secret Base. Er braucht schon wieder sehr, sehr lange. Errungenschaften sind freigeschaltet. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt gespeichert hat. Ich hoff's mal. Oh, jetzt muss ich wieder einen Neustart machen. Also, das ist echt buggy. Oh man. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ja. Tut sich wieder nix. Play. Aber. Restart könnte ich machen. Natürlich. Was ist, wenn ich eigentlich Exit mache? Yes. Und jetzt Play. Und Continue. Geht das dann? Okay. Okay, aber sie hatten Ausrufezeichen. Das heißt, wir müssten das jetzt gespeichert haben. Genau, ich habe hier eins verbraucht. Und wir haben hier... Okay, wir haben es geschafft. Uiuiui. Okay, okay, okay. Dann, äh... Dann, dann... Was mache ich denn? Okay, da ist nichts Neues. Aber wir könnten mal mit Minikin reden. Über Hobbs. Was der dazu sagt. Oh, tot. Minikin, sad. Ja, es tut mir leid, Minikin. Minikin, danke. Keine Tools. Gut. Minikin bilde Robot. Robot-Engineer. Robot-Repair-Upgrade-Upgrade-Now. Minikin, keine Upgrade-Now. Entfiegt das? Ach, das ist ja krass. Haha. Das... Kann Upgrade. Minikin kann. Na doch, ich mache das immer noch bei ihm. Ah, keine Ahnung. Aber könnte ich... Okay, ich habe jetzt ordentlich Geld. Genau, ich möchte nämlich den Tesla-Bolt nochmal vom Schaden her aufwerten. Denn... Den will ich auf jeden Fall vollkriegen. Und... Gleich wieder rausgehen, damit er das abspeichert. Und... Ja, und alles andere mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Denn das war jetzt... Es hat länger gedauert, als es letztlich dann im Let's Play ist. Weil ich ja das nochmal nachspielen musste. Zwei Drittel der Mission. Aber es war cool. Es war cool. Es war jetzt auch zu machen vom Schwierigkeitsgrad her. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Sagt... Der Loe.